Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark Wintermute Redux Episode 2 Endlich den ganzen Tag bei Methuselah am Lagerfeuer gehoppt und gewartet bis die Nordlichter ehemaligen an Start gehen. Ich hoffe ich kann jetzt hier irgendwie mal irgendwas bedienen. Ah, ich wollte noch mal ein Lämpchen anzünden, dass ich auch mal was sehe. Ich weiß nicht um was es hier geht. Geh ich hier in die Tür, würde man wahrscheinlich sagen. Oh. Alles klar. Da sind wir am Kontrollraum. Tatsächlich, das Radio spielt Musik. Ich werd ja verrückt. So, was genau kann ich jetzt hier machen. Ich kann hier die Schubladen und sowas alles durchsuchen, aber... Hündefutter? Ne. Kannste nix machen. Kaputte Lampe. Kaputter Metallschaltkasten. Oh hier ist noch ein Safe. Habe ich denn Zeit für so ein Gedöns? Gleich auf der 2. Der 23. Der 23. Der 24. Das macht mir verrückt. Ja, es geht Alles um meiner Zeit ab Mach auf das Ding Bargeld, Papier in der Lupe Wenn man bei Tarp Feuer machen kann Das war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich haben wollte Na Und die Gipfelbräuse Soll das alles gewesen sein, was es hier gab Oder peile ich es gerade nicht Ich dachte, durch diesen Raum komme ich Irgendwie weiter Scheint mir aber nicht so zu sein Und diese Musik ist grauenhaft Okay, guck mal, dass du einen Fahrstuhl findest Und benutzen kannst Und starte das Aufzugssystem des Dams Okay, wo könnte das denn funktionieren? In dem Kontrollraum, oder was? Bauer bloß bis eben noch nicht aktiviert Ich glaube hier eher nicht Kann ich nirgends was machen? Ich glaube so viel Zeit hätte ich hier gar nicht verschwenden sollen Aufzugssystem Man, wo komme ich denn? Ich dachte, ich kann ihn während der Fahrt looten Keine Ahnung, was war das? Ich schätze mal, das Brecheisen werde ich wohl brauchen Sonst hätte ich hier nicht nochmal eins bekommen Ist ja gruselig Oh, hier sind Vorsicht Überall offen liegende Kabel Später haben wir es? Eigentlich habe ich ja noch genug Zeit Ach nee, ich muss hier erst wieder den Strom abstellen Bevor ich hier irgendwo langlaufen darf Könnte fast sein Oh, scheiße Oh Gott, fast tot Ich bin auch im Klappstuhl Okay, Gott sei Dank haben wir gerade gespeichert Ja, ich muss wohl erst den Strom abstellen Also einziger Weg ist wohl hier lang Ein toter Wolf Ja doch, da liegt ein toter Wolf Äh, nee Ich will den nicht auseinandernehmen Ich nehme an, ich kann jetzt erst Wenn ich jetzt nichts übersehen habe Kann ich erst dann weiter, wenn, äh, ne Die ganze Schose hier wieder vorbei ist Also müsste ich jetzt ja eigentlich mal eine Pause machen Und vor allem zwingend mal meine Lampe löschen Denke mal, ich muss dann hier irgendwo rüber Aber Da komme ich ja jetzt so erstmal nicht hin Oh Gott, das ist ja spannend hier Gut, ich mache jetzt mal die Lampe aus Ein bisschen Licht haben wir ja Den Wolf nehme ich jetzt nicht auseinander Die kann ich jetzt auch nichts weitermachen Nehmen wir mal den Karton auseinander Hab jetzt gedacht, vielleicht liegt da was hinter Dem war aber nicht so Ähm Hab ich noch Lampenöl dabei Ah ja Sehr gut, da ist noch ein bisschen was Aha Da fühle ich mich doch klar wieder ein bisschen wohler Und ich weiß, ich kann gleich nochmal die Lampe anzünden Ich fürchte, ich werde warten müssen Bis die Schose wieder vorbei ist Machen wir nochmal drei Stunden Ja Und ich langsam so ein kleines Essensproblem kriegen Fürchte ich fast Na gut, dass ich ein bisschen was gefunden habe Zähes Hundefutter Riecht übel Aber vermutlich besser wie nix Einer mit Na gut, dann machen wir hier Gipfelbrause Ein Energieriegel Und nun einen kräftigen Schluck Wasser Dann stehen wir eigentlich wieder ganz gut da Und ich kann nochmal ein paar Stunden hier rum warten Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht vertan Ähm Bevor ich es jetzt wirklich nochmal verkacke Mach ich mir nochmal ein Speicherpunkt Oh nee Und schlau einfach mal den Rest der Nacht weg hier Nein Warum ist das auch links Schlafen Man steht ja da, ne Eigentlich Na sehr gut So Hier komme ich trotzdem noch nicht durch Wollte es nochmal wissen Aber hier komme ich ja jetzt lang Ich hoffe, ich brauche den Strom dann nicht nochmal wieder Dass ich hier noch so lange rumhocken muss Und nehme ich auch nicht mehr zurück Wenn ich zu wenig zu essen dabei habe Und hier nichts weiter finde Ich möchte nur ungern meine Lampe jetzt verschwenden Aber ich fürchte, bevor ich hier was übersehe Na gut, da hinten geht es hoch Gucke erstmal, was da los ist Na hier sehe ich jetzt gerade nicht so viel Hier ist doch alles ziemlich neutral Achso, ja gut Gucke nochmal eben Ja da geht es eben nicht hoch Ich denke mal, das ist der einzige Weg hier hinten Dann wollen wir den nochmal nehmen Sehr freundlich Jetzt noch ein bisschen was zu beißen Was ist das hier? Ist das kein Spind? Gieht nicht so aus Oh, da hinten geht es auch über Dann noch was allzu spannendes ist Noch Zeit habe ich ja eigentlich Oder muss ich ja mit erschreckend feststellen Dass hier überhaupt nichts ist Ne, hier kommst du nirgends weiter Ist das spannend Dann müssen wir mal wieder zurück Hoffentlich kriegt das jetzt auch hin Ohne hier abzustürzen Ganz vorsichtig Das war der Raum, in dem ich schon drin war Kann das sein Ich fürchte, ich bin hier falsch Noch mehr fürchte ich Dass es hier vielleicht sogar gar nicht weiter geht Wieder irgendwas übersehen habe Boah, wenn ich jetzt mir mein Missionsziel angucke Dann wird mir auch schlecht vor Genauigkeit Versuche das Innere des Dams Wenn ich irgendwann mal gesagt Du musst irgendwo unten lang Jetzt aber auch hier Kann ich auch nichts machen Also heller wird es hier drin nicht Sollte ich hier doch was übersehen haben Muss ich jetzt mal meine Lampe benutzen Und vielleicht doch eher da drüben Oder unten noch Da ist doch noch eine Tür Boah, da komme ich nicht durch Wie komme ich denn Bis dann hier über den Schrott irgendwie runter Oder was Kann ich mal ein Kletterseil Oder was stand da eben Nee Hab ich geträumt, oder? Boah, Kletterseil Was hat mir das jetzt gebracht? Dadurch bin ich über den Schrott hier gekommen, ne? Ja, tatsächlich Ich hab's nicht gepeilt Mann, du mehr da sowas aber auch Hier scheint es irgendwie raus zu gehen Irgendwie hab ich Angst Das Gefühl, dass hier gleich nochmal Irgendwie was Übles passiert Aber ich will jetzt auch nicht ohne Licht hier langlaufen Aha, jetzt sind wir auf der anderen Seite Unteren Dampf verlassen Das sieht mir aber Muss ich wieder abwarten bis hier Achso, da war ich schon dran Bis hier sich mal wieder den Notlichter bemühen Dann haben wir allerdings auch wieder Zeit Das war leider nicht zu knapp Ich hoffe, hier finde ich noch ein bisschen was zu essen Sonst wird's ein hungriges Ende hier für mich Ah, sehr gut Ja, ich guck mich eben nochmal rum hier Trotz alledem Schön Besen Können wir hier mal ein bisschen durchfegen in der Zeit Wo ich hier warten muss Nein, die Laufschuhe will ich nicht Einen Teilschrott nehm ich mal Äh Oh, was ist drin in der Mikrowelle? Ne Da ist nichts mehr drin Mach mal genau so einen Kontrollraum hier Ne, genau so einen Kontrollraum jetzt auch wieder nicht Kramt der immer mit einem Riesenterror in dem Oh, jetzt noch ein Rucksack In dem Hülstel rum Gott sei Dank So So Kann es ja glatt gewesen sein Außer, dass hier nochmal runter in den Keller geht Hab ich hier wohl nochmal irgendwie was Aktivieren muss Vermute es mal, dass ich noch ein bisschen länger hierbleiben darf Hier sieht es ja nicht mehr so gut aus Muss ich sagen Naja, jetzt bin ich ein bisschen überladen Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm Großartig hier durch die Gegend rennen wollte ich jetzt eh nicht mehr Mal die letzten Schubladen hier durchsuchen Oh, halt, lass die Lappe an, Mensch Wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass es hier noch so riesengroß ist Was ist denn hier noch alles los Noch einen Wetzstein, den brauche ich jetzt nicht wirklich Wieder im leeren Mülleimer rumkramen Stoff nehme ich noch mit Ich sollte allerdings aufpassen, dass es mich hier in die Nacht nicht überrascht Dass ich wieder irgendwo bin, wo ich Dann nicht mehr weiterkomme Zwecks der ganzen Stromkabel Ich werde mich hier in die Nacht nicht überrascht Wenn ich mal irgendwie den Weg bitte wieder zurück finde, das wäre mir auch noch ganz recht. Wow, spinnte ohne Ende. Mehr Licht für meine Lampe. Ja. Kragen die Windjacke? Ne. Ganz mal gepflegt im Spind hängen lassen. Wohlgemütze nehme ich immer mit. Noch ein bisschen Stoff. Und hier geht es natürlich auch noch mal weiter. Und hier sind auch noch Aktenschränke ohne Ende. Was zur Hölle? Oh oh. Den Koffer kennen wir doch. Oh. 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 überlebt, irgendwie. Gut, da sind wir durch, Episode 2 haben wir erledigt, sehr geiles Spiel, ich muss unbedingt an Episode 3 dran, ich hoffe das dauert nicht mehr allzu lange, bis wir hier mal ein bisschen weiterzocken können, ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich an diesem Let's Play und schreibt es mir in die Kommentare, sollte ich was übersehen haben, vergessen haben, vielleicht kriege ich da nochmal rein, erledige das noch, ansonsten sehen wir uns spätestens bei Episode 3 wieder, oder bei einem anderen Let's Play auf meinem Kanal, da läuft ja noch das ein oder andere, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis denne, ciao, ciao.